Lassen Sie uns über den Arbeitsmarkt reden. Das wurde eben schon mal angesprochen. Ich finde es super spannend. Es gibt so viele Betriebe bei uns in Deutschland, denen gute Leute fehlen, Fachkräfte, Menschen, die da arbeiten. Und einen Arbeitsplatz zu finden, ist für einen Flüchtenden ja ein Segen. Und für einen Arbeitgeber eine gute Fachkraft zu finden, ist auch ein Segen. Also eigentlich ist das doch eine Win-Win-Situation, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn so viele Menschen da sind, die Potenzial haben. Frau Steiger, wie ist denn da der Stand? Was können Sie sagen? Ist es uns gelungen, einen Großteil im Arbeitsmarkt zu integrieren? Ja, da kann ich jetzt auch positiv darauf antworten. Bei einem Großteil ist es uns gelungen. Allerdings im Moment erlebe ich in diesen fast sechs Jahren jetzt so eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, wir gehen wieder rückwärts. Und ich bin teilweise geschockt über bestimmte Dinge. Jetzt ganz kurz zum Bürokratismus nochmal. Wenn Duldungen für zehn Tage verlängert werden, dann schaffen wir uns ja selber auch die Bürokratie und auch die Belastung von Ausländerbehörden. Und was ich jetzt im Moment einfach unglaublich ja auch, sagen wir mal, erschütternd finde, ist, wie viele junge Menschen zum Nichtstun verdammt werden bei uns. Und dieses Thema oder an dem Thema werde ich nicht locker lassen, weil das ist, das hat ja auch mit Menschsein zu tun, dass man eben in einer in einem Unternehmen, wo man integriert ist, wo man Kollegen hat, Vorgesetzte hat, Anerkennung hat, dass man dort auch entweder weiterarbeiten darf oder eine Ausbildung beginnen darf. Und ich glaube da, und das ist mein ganz großer Wunsch, sollten wir nochmal genau hingucken. Und nachdem ich jeden Tag diese Fälle habe und auch mit diesen jungen Menschen zusammen bin, kriege ich auch mit, wie es ihnen geht. Und ich habe Fälle auch im Allgäu erlebt, die am Freitag ihre Arbeitserlaubnis entzogen bekommen haben und somit dann am Montag nicht mehr arbeiten durften und anschließend Suizidversuch gemacht haben und dann im BKH begleitet werden mussten, damit er wieder stabil ist. Das sind Dinge, die tun unglaublich weh. Und deswegen bitte ich da einfach die Politik wirklich nochmal hinzugucken, was wir da tun können. Ich weiß, dass es möglich wäre, aber wir kommen ja nachher noch dann vermutlich auch zu der freiwilligen Ausreise. Und wenn man hinguckt, letztes Jahr sind 16.000 Ausbildungsplätze in Bayern nicht besetzt worden. Und wir hätten viele junge Menschen gehabt, die gerne Ausbildung machen wollten, insbesondere Afghanistan. Jetzt im Moment sind in der IHK-Lehrstellenbörse 1.600 offene Ausbildungsplätze. Wir haben jetzt Ende Juni. Im Mai waren 600 offene Stellen gemeldet in unserer Tageszeitung, in der Augsburger und Allgäuer Zeitung. Unsere Betriebe suchen Hände ringend dazu. Und ich spreche jetzt noch nicht vom Handwerk und von der Pflege. Da ist es wahrscheinlich oder mit Sicherheit ähnlich. Und da bitte mein großer Appell an die Politik, nochmal hingucken. Was können wir da tun, um wirklich auch der Wirtschaft diesen Schaden zu ersparen? Und da geht es nicht um Sozialromantik, sondern da geht es wirklich um ganz viel mehr. Jetzt hat Frau Steiger ja schon die freiwillige Ausreise angesprochen. Dann lassen Sie uns auch direkt dabei bleiben. Wenn das ein Weg wäre, was meinen Sie genau damit? Na ja, nachdem zumindest in Bayern uns dieser Spurwechsel, er war nicht gewollt und deswegen musste man natürlich auch schauen, was kann man denn tun mit gut integrierten jungen Leuten, die Deutsch gelernt haben, die sich integriert haben, die keine Straftaten begangen haben, die teilweise auch zwei, drei Jahre schon gearbeitet haben und aber dann eben, und das betrifft insbesondere die afghanischen jungen Männer und Menschen und dann halt sehr schnell vollziehbar ausweisepflichtig waren. Und ich begleite auch junge Afghanen, die jetzt in Kabul sitzen, auch aus dem Allgäu. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Und deswegen sollten wir alles versuchen, dass solche junge Leute nicht mehr abgeschoben werden müssen. Und dafür gibt es zwar die freiwillige Ausreise, wäre wunderbar, es wäre eine Alternative, um eben legal hier endlich leben zu dürfen, nicht vor jedem Abschiedbeflug Angst zu haben, sich auch zu verstecken. Manche tauchen unter, das ist, also es trifft mich unglaublich, ja, sowas. Und mit Sicherheit alle ehrenamtlichen Menschen, die sich um die jungen Leute kümmern. Wir haben nach dem Weg gesucht und mir geht es jetzt insbesondere um die afghanischen jungen Leute. Und diese freiwillige Ausreise war dann ein Thema, aber da müssen noch viele, viele Hürden beseitigt werden. Fakt ist, sie ist möglich, aber nur, wenn wir noch ganz bestimmte Voraussetzungen schaffen. Im Moment kann keiner dieser Jungs sich selber diese freiwillige Ausreise organisieren. Es ist nicht möglich. Allein jetzt beim indischen Konsulat ein Visum für die Einreise zu bekommen, ist für jemand, der hier seit fünf, sechs Jahren lebt. Es gibt keine Möglichkeit. Da muss die Politik wirklich nachbessern und muss mit dem indischen Konsul auch Kontakt aufnehmen, muss ihm das erklären. Der versteht ja überhaupt nicht, warum Afghanen jetzt nach Neu-Delhi fliegen sollen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Botschaft in Kabul 2017 zerstört wurde. Also es ist ein mühsamer Weg. Und ich möchte noch einen Satz dazu sagen, wir haben ja ein tolles Gesetz in Deutschland. Und das ist eben seit März 2020 gibt es ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gibt es das beschreunigte Visumsverfahren. Nur dieses beschreunigte Visumsverfahren wurde ja nicht für diesen Personenkreis geschaffen, sondern für Menschen, die im Ausland leben. Und ich habe Monate gebraucht, um überhaupt eine Vorabzustimmung zu bekommen, damit ich die Jungs anmelden konnte online für diese Ausreise, für Neu-Delhi, für die Botschaft. Und ich wünsche mir, dass dieser Weg zukünftig einfacher, gangbar ist, gehbar ist. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir viel mehr junge Menschen dazu bewegen könnten, auch diese freiwillige Ausreise zu machen. Zum Zwecke für ein Visum, für die Ausbildung. Herr Holt, möchten Sie noch Stellung beziehen? Ja, also zuerst muss ich mal sagen, ich verfolge das ja seit langem und ich habe auch da oft genug mit der Frau Steiger schon zu tun gehabt, die da zum Glück oft extrem hartnäckig ist und die irre viel geleistet hat, die schon sehr, sehr vielen jungen Menschen und auch den Betrieben geholfen hat, die ja händeringend wirklich Fachkräfte suchen und die sich, glaube ich, auch in der Regel nur für Leute einsetzen. So ein Betrieb kann sich da gar nicht leisten, sich für irgendeinen nur aus humanitären Gründen einzusetzen. Die setzen sich dann ein, wenn sie merken, da ist einer da, den kann man gut brauchen, der arbeitet vernünftig mit. Also das einfach mal vorab. Die Politik hat an sich natürlich da schon einiges getan. Ein Großteil davon ist natürlich Bundesrecht. Der Bundesgesetzgeber hat eben Beschäftigungsduldung, Ausbildungsduldung geschaffen. Beides Instrumente, an denen Asylbewerber meistens scheitern, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, weil die Voraussetzungen wirklich extrem, also die Messlatte ist so hoch, dass eigentlich ein Flüchtling so gut wie nie letzten Endes da drunter fällt. Das ist das eine. Dann gibt es das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, da fällt er an sich ja auch nicht drunter, weil er da ist. Und Sie haben es ganz richtig gesagt, dieses Gesetz ist eigentlich gemacht für jemanden, der im Ausland ist, den wir hier drinnen brauchen könnten und den man deswegen unter erleichterten Bedingungen erlauben will, nach Deutschland zu kommen. Was daraus dann geworden ist jetzt inzwischen, das ist tatsächlich die groteske Situation, die die Frau Steiger gerade beschrieben hat. Vielleicht, um es nochmal klarzumachen, das sind junge Menschen, die sind hier in Ausbildung, die sind hier in Arbeit und von denen wird verlangt, weil sie nicht die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, um hier bleiben zu dürfen, dass sie nochmal in ihr Heimatland, aus dem sie geflüchtet sind, zurückfliegen und sich dort ein Visum holen, um dann wieder als Fachkräfte oder für eine Ausbildung einzufliegen. Das könnte man sich auf Deutsch schlicht und einfach sparen, wenn man hier die Feststellung trifft, ja, wir können dich brauchen, erstens mal, weil du einen Beruf lernen willst, wo wir dringend Fachkräfte brauchen, zweitens, weil wir ganz viele offene Stellen haben und du niemandem anderen was wegnimmst. Und weil wir dich persönlich als jemanden kennengelernt haben, der das auch will, der sich engagiert, der sich integrieren will und der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Alle anderen fallen völlig zu Recht durchs Netz, das muss man auch mal sagen. Das wollen aber nicht alle politischen Kräfte, muss ich ganz klar sagen. Da können wir uns auch nicht durchsetzen in unserer Koalition, weil wir ja nicht der Größere, sondern der kleinere Partner da sind. Wir haben uns da schon in ein paar Dingen ganz intensiv durchgesetzt. Also es gab ja Zeiten, wo wirklich die Ausländerbehörden sehr, sehr restriktiv gehandelt hat und wir haben es da mit sehr, sehr viel Druck auf den Innenminister, der persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer ein offenes Ohr hat. Wir haben es da geschafft, dass die Vollzugshinweise deutlich enger gefasst wurden, sodass jetzt eigentlich Landratsämter, die sich querstellen wollen, es nicht mehr so leicht haben wie früher. Also das war ein ganz großer Fortschritt. Aber zurück zu der Situation, die die Frau Steiger geschildert hat. Das kann ja eigentlich nicht sein, das ist sowas von aberwitzig, das versteht auch kein Handwerksmeister. Ich habe heute mit einem Unternehmer darüber nochmal gesprochen, der schüttelt den Kopf und sagt, es kann doch nicht sein, ich habe einen richtig guten Auszubildenden, den will ich schlicht und einfach behalten. Der kann inzwischen Deutsch, der hat seine eigene Wohnung. Wieso muss der jetzt nochmal in sein Herkunftsland fliegen? Ja, wir haben schon einen Antrag gestellt, Frau Steiger, oder wir haben vorbereitet, dass wir wenigstens nicht mehr nach Kabul müssen, sondern dass wir wenigstens das in einem Land durchführen können, wo es einfacher zu machen ist. Mein Vorschlag war Istanbul, weil dort sowieso Visa ausgestellt werden. Da ist eine große Visa-Abteilung, konnten wir uns leider bisher nicht durchsetzen. Ich würde mich freuen, wenn da weiterhin in dieser Richtung auch ein bisschen Druck gemacht wird, dass wir vielleicht von dem unsäglichen Neu-Delhi wegkommen. Weil das ist ja schon so aberwitzig. Ein Afghane, der in Deutschland arbeiten und bleiben will, kann nicht in seinem Herkunftsland sich ein Visum holen, weil dort nämlich die Botschaft, die deutsche Botschaft zerbombt ist. Deswegen muss er sich zuerst hier mal in Deutschland ein Visum für Indien holen, damit er in Indien in die deutsche Botschaft gehen kann. Damit er wieder nach Deutschland zurück kann und dort auf Dauer bleiben kann. Das ist eigentlich völlig widersinnig, nur dem Prinzip geschuldet, dem Prinzip, wir wollen keinen Spurwechsel haben, wir wollen nicht haben, dass Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind, einfach dann in die Arbeitsmigration wechseln. Ich verstehe das, dass man dem kritisch gegenübersteht, grundsätzlich, weil auch Pull-Effekte natürlich zu befürchten sind, wenn das der Regelfall wäre. Aber wenn ich Menschen habe, die jetzt zum Großteil fünf, sechs Jahre da sind und die sich schon integriert haben und die ich brauchen kann, die Zahl der offenen Stellen hat die Verstreiche ja genannt, dann sehe ich da einfach wenig Grund und da werden wir auch dranbleiben, da Änderungen zu erreichen. Nur, da sind wir natürlich im Bundesrecht, da wird es dann einfach Zeit, dass die Freien Wähler auch im Bund was zu sagen haben.